Hallo und herzlich willkommen im dritten Basic Video zum Videolernzyklus über die besonderen Punkte in einem Dreieck. Mein Name ist Philipp und ich werde heute mit dir in diesem Video den Schwerpunkt durchgehen. Die notwendigen Arbeitsmaterialien hast du hoffentlich von Basic 1 und 2 schon am Arbeitsplatz. Falls nicht, findest du sie hier nochmal aufgelistet und wenn du diese noch holen musst, dann pausiere das Video kurz und keine Sorge, ich warte auf dich. Damit du besser vergleichen kannst, ob du mit deiner Zeichnung richtig bist, nutzen wir das Koordinatensystem und bei diesem wählen wir eine Einheitsstrecke von einem Zentimeter. Eine häufige Fehlerquelle bei den besonderen Punkten im Dreieck ist die Genauigkeit bei der Konstruktion der verschiedenen Punkte. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, sehr genau mit dem Zirkel und dem Geodreieck zu arbeiten, damit die besonderen Punkte exakt bestimmt sind. Versuchen wir uns am Schwerpunkt. Das Beispiel dazu lautet, der Punkt A hat die Koordinaten 2, 2, der Punkt B hat die Koordinaten 11, 2 und der Punkt C hat die Koordinaten 8, 11. Ich erkläre dir, wie man den Schwerpunkt zeichnet und danach bist du dran. Als erstes benötigen wir ein kathesisches Koordinatensystem, damit wir die Eckpunkte des Dreiecks schön einzeichnen können. Danach können wir das Dreieck zeichnen und beschriften. Gut, kommen wir zum Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist der Schnittpunkt aller drei Schwerlinien im Dreieck. Die Schwerlinie, welche einer Dreieckseite zugeordnet wird, wird mit Hilfe der Streckensymmetrale bestimmt. Fangen wir mit der Streckensymmetrale der Seite A an. Wenn wir den Mittelpunkt der Seite bestimmt haben, dann verbinden wir diesen mit dem gegenüberliegenden Eckpunkt und erhalten so die Schwerlinie der Seite A. Anschließend konstruieren wir die Streckensymmetrale der Seite C und verbinden wieder den entstandenen Mittelpunkt mit dem gegenüberliegenden Eckpunkt und erhalten so die Schwerlinie der Seite C. Die beiden Schwerlinien schneiden sich in einem Punkt und wenn man die dritte Schwerlinie der Seite B einzeichnet, dann muss diese auch durch den Schnittpunkt der beiden anderen Schwerlinien gehen. Dies ist eine sehr gute Kontrolle, ob du auch genau und richtig gezeichnet hast. Wenn man alle drei Schwerlinien in das Dreieck eingezeichnet hat, dann entsteht ein Schnittpunkt der drei Geraden und dieser Punkt wird eben als Schwerpunkt bezeichnet. In unserem Beispiel hat der Schwerpunkt die Koordinaten 7, 5. Das Besondere an diesem Punkt ist, dass das ausgeschnittene Dreieck an diesem Punkt nur mit Hilfe eines Bleistifts perfekt balanciert werden kann. Versuche dich selbst am Schwerpunkt. Das Beispiel dazu lautet, der Punkt A hat die Koordinaten 1, 1, der Punkt B hat die Koordinaten 10, 1 und der Punkt C hat die Koordinaten 7, 10. Pausiere das Video kurz und versuche das Beispiel zum Schwerpunkt selbstständig zu lösen. Gut, kommen wir zu unserem Beispiel. Der erste Schritt ist wieder, die Dreieckpunkte des Dreiecks in das Koordinatensystem einzuzeichnen. Anschließend können wir das Dreieck zeichnen und beschriften. Danach zeichnen wir die drei Schwerlinien in das Dreieck ein und erhalten den Schwerpunkt S als Schnittpunkt der drei Schwerlinien. Dieser hat in diesem Beispiel die Koordinaten 6, 4. Ich hoffe, du weißt nun, wie man den Schwerpunkt in einem Dreieck bestimmt. Versuche diesen vielleicht noch in einem weiteren Dreieck einzuzeichnen.